. So, wir sind hier wieder mit der Soccerlounge. Es ist unglaublich happy. Die letzten Schweissperlenwagen werden wegretuschiert beim Tommy Bickel. Unser Fragebuch, das wir auch dieses Jahr mit dem Start haben. Über 600 Fragen sind hier drin. Ich habe mir ausgesucht bei dir die Rubrik letztes Jahr. Die nervigste Person des letzten Jahres. Was ist die Gelegenheit? Keine. Fällt dir jemand ein? Nein, Person nicht. Was etwas nervt hat, ist der Verband, wo sie ein Disziplinarverfahren eröffnet gegen Cookie. Das ist der Hund von Kanettas. Was ist das? Es war etwas lächerlich, weil Cookie im Stadion im Stadion in Le Mans gesucht hat. Das habe ich fast etwas lächerlich gefunden. Hat das eine Strasse gegeben? Das gab ein Disziplinarverfahren. Das ist eine Arbeitsbeschaffung wahrscheinlich. Ja, ja. Es ist vergessen, es ist gegessen, aber ... Hat Cookie eine Akkreditierung ab sofort? Nein, in der Super League hat sie keinen Zugang in Stadion. Das wissen wir aber auch. Aber in Le Mans hat sie nicht mit dabei sein. Wer sie sind, ihre zwei schlechtesten Charaktereigenschaften? Ich rede von dir so positiv. Gibt es solche Sachen? Charaktereigenschaften? Ja, das ist doch eine Schwäche von dir. Du hast mal gesehen, du bist naiv. Das ist aber nicht schlecht. Naiv muss nicht unbedingt schlecht sein. Klar hat jeder seine schlechten. Ich bin vielleicht ... Das ist schwierig. Ja. Hättest du mich auch für Positiven geben können. Was? Positiven? Es wird ausgelichtener. Also das, was den Rücken zu schaffen macht, macht der Intellekt. Ja. Es ist so. Oder die Stellungsspiele. Du machst das mit dem Hock. Du, Jöckli, ist der Uli Forte die Saison aus? Dann müssen wir dranbleiben bei der MMM-Challenge. Die Soccer Lounge. Presented by Raiffeisen. Every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com and we love football.